In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not bei Zivilisten. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufroßen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco und den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden einstehen. Dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, den Bolschewik im Einheimen zu gebieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Falls die Russen mich... Ich muss hier weg! Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung.